Willkommen zu meiner spoilerfreien Filmkritik zu Faserhut. Worum geht es in diesem Film? Wir begleiten Matthew, dessen Frau kurz nach der Geburt des gemeinsamen Kindes, der Tochter, verstirbt und er nun vor der Situation steht, diese Aufgabe alleine zu bewältigen. Wie ist das Ganze umgesetzt? Wir haben hier ein Drama, welches nach wahren Begebenheiten erzählt wird. Wir haben tolle Charaktere, die zu unterhalten wissen. Wir haben auch emotionale Momente, also alle, die nah am Wasser gebaut sind, ruhig eine Packung Taschentücher bereitlegen. Die werdet ihr sicherlich in diesem Film brauchen. Wir haben aber auch lustige Momente, die die Stimmung gelungen auflockern und somit die teils sehr ernste Thematik doch irgendwo, ich sag mal, auf ein erträgliches Filmniveau, ja, ich sag mal, auflockert wirklich. Das ist echt angenehm, das ist gelungen, das ist nicht aufgesetzt, das ist wirklich stimmig in der Situation. Generell kann man immer sehr stark mit dem Hauptcharakter Matthew wirklich mitfiebern und seine Situation auch nachvollziehen. Die Story ist schön inszeniert, folgt in den Grundzügen allerdings dem Schema F, welches für dieses Genre sehr üblich ist. Allerdings muss man dazu sagen, Faserhut erzählt die Story so geschickt und nicht so offensichtlich im Schema, dass mir das während der Filmwiedergabe gar nicht so bewusst war. Erst wo ich mich jetzt für meine Filmkritik hingesetzt habe, ist mir doch sehr bewusst geworden, ja, der Film bleibt im Schema, aber es ist wirklich sehr stimmig und schön umgesetzt, so dass es einen beim Filmgucken nicht stört und man somit nicht die Story schon vorherahnen kann. Kommen wir zur Filmsprache. Faserhut zeigt uns die Situation von der Geburt von Maddy. Die meiste Zeit sind wir stets bei Matthew mit unterwegs und seine Rolle ist so hervorragend vorgetragen, dass es in meinen Augen kein Nachteil ist, dass alle anderen Charaktere hinter ihm zurückstecken müssen. Neben der Babyzeit der Tochter Maddy haben wir auch einen Zeitsprung, der so, ja, Teenie-Alter ist übertrieben, ins Kindesalter springt. Wir erleben so ein bisschen die Zeit der Vorschule bis zur Schule hin. Ein besonderes Highlight von Faserhut ist in meinen Augen der Einstieg vom Film, denn hier wird einmal die Geburt der Tochter Maddy gezeigt und dann springt man hin zu der Beerdigung von der Mutter und immer wieder zurück zum Glück des Lebens. Und dieser Spagat zwischen Tod und Leben in der Anfangsszene, muss ich ganz ehrlich sagen, der hat mich einfach beeindruckt, dass das so gut vorgetragen wurde. Ich habe im Grunde die ganze Zeit darauf gewartet, dass es jetzt schief geht und nicht mehr funktioniert. Aber da hat Netflix in Form von Faserhut wirklich ein Meisterstück abgeliefert des Filmeinstieges. Das, was bei der Schwarze Diamant damals total missglückt ist, ist bei Faserhut hingegen sehr gut gelungen. Kommen wir zur technischen Umsetzung. Faserhut ist ein Netflix-exklusiver Film. Er liegt im 21 zu 9 Bildformat vor. Die Bildqualität entspricht einer guten Streamingqualität. Auch der Ton hat keinen Grund zur Beanstandung gegeben, was die Dynamik betrifft. Was allerdings aufgefallen ist, ist dass Faserhut sehr sehr frontlastig abgemischt wurde. Ich kam in der Zwischenzeit mal so auf den Gedanken, ob meine Surround-Lautsprecher überhaupt mitlaufen. Dann kam mal so eine Szene, wo der Hintergrund so räumlich erweitert wurde. Da hörte man von hinten doch ein bisschen was. Aber das ist ein Film, den könnt ihr ohne Bedenken gerne ins Stereo gucken. Da verpasst ihr nichts. Kommen wir zum Fazit. Faserhut stellt zwei Stunden Realitätsflucht für mich persönlich dar. Man vergisst völlig seinen Alltag. Es ist einfach schön in diese Welt abzutauchen. Man kann mit Matthew wirklich mitfühlen und mitfiebern. Man sieht wirklich die schauspielerische Leistung ist so grandios in diesem Film. Die Zweifel und Ängste vor der Situation, vor der er steht bzw. wie er sie zu meistern hat, ist wirklich toll vorgetragen und absolut auf einem glaubhaften Niveau. Ich vergebe für Faserhut vier Sterne und hoffe, dass Netflix in dieser Schiene in Zukunft ein bisschen mehr zeigt. So ist es jetzt mal auf die Freude. So ist es gut. Ich hab' die Zellen. Vielen Dank.